Hallo und herzlich willkommen zu einem Fotostory Deluxe Tutorial. Ich bin Benno, Content-Produzent und Produktspezialist der Magix Akademie hier in Berlin. Ich freue mich darauf, euch in meinen Benno-Torials interessante Funktionen und Arbeitsweisen der Software aus meiner Sicht als Anwender zu zeigen. Los geht's! In diesem Benno-Torial möchte ich den Startbildschirm der Software einmal aufzeigen. Wir gehen hier die Einstellungen zum Starten eben in ein neues Projekt zusammen durch und anschließend will ich die ersten Schritte Fotos suchen und arrangieren in Fotostory Deluxe aufzeigen. Beim Startbildschirm ist als erstes für mich zumindest besonders wichtig, dass ich hier den Namen des Projektes eingebe, denn die Software generiert unter Umständen Ordner und Dateien, die genau diesen Namen später tragen werden und das ist einfacher eben diese den Projekten wieder zuzuordnen, wenn ich hier einen sinnvollen, nachvollziehbaren Namen definiere. In unserem Fall ist das hier ein Benno-Torial Photo Story Deluxe und zwar das erste Benno-Torial Photo Story Deluxe. Ja, schauen wir uns jetzt die Optionen einmal genauer an. Ich habe hier die Möglichkeit zu definieren, dass sämtliche Medien, also Fotos, aber auch Videomaterialien und Audiodateien, die ich hier ins Projekt lade, eben in einen Projektordner zusammen kopiert werden. Das bedeutet, dass die Software, wenn ich das Projekt erneut lade, aus diesem Projektordner heraus die Medien lädt. Außerdem kann ich im Anschluss Ordner umbenennen, Dateien verschieben, ohne dass mir diese dann hier im Projekt später fehlen werden. Den Pfad des Projektordners kann man selbst bestimmen und zwar über diese Schaltfläche habe ich hier die Möglichkeit natürlich eigene Laufwerke auszuwählen, Ordner zu erstellen, die dann ebenfalls sinnvollerweise den Namen meines Projektes tragen. Ob Fotos formatfüllend beschnitten werden sollen, können wir hier im zweiten Punkt festlegen. Lasse ich den Haken hier gesetzt, werden also Fotos, die nicht im 16 zu 9 Format vorliegen und da wollen wir am Ende ja raus, beschnitten. Das heißt also Fotos, die im Format 4 zu 3 oder 3 zu 2 vorliegen, werden leicht oben und unten beschnitten, um links und rechts formatfüllend eben den Monitor auszufüllen. Ob das Ganze dann eine 4K-Produktion werden soll, kann ich hier am vorletzten Punkt definieren. Dazu bedarf es aber auch jede Menge Rechenleistung und eben auch ein Abspielgerät, das 4K beziehungsweise UHD fähig ist. Mach ich hier in unserem Fall mal aus, da ich in der Regel in Full HD ausgebe. Ja und als letztes haben wir hier die Möglichkeit im Vorfeld festzulegen, ob wir im Timeline-Modus starten wollen. Dann kann ich den Haken hier setzen oder ob ich zunächst im Storyboard-Modus der Software starte. Und genau das will ich auch. Wir können ja später auch zwischen diesen beiden Modis hin und her schalten. Das werde ich dann gleich in diesem Tutorial aufzeigen. Ja, mit leeres Projekt erstellen sind wir dann jetzt in der noch leeren Software und die ist wie folgt aufgebaut. Wir haben hier drei Bereiche. Das ist einmal der Vorschau-Monitor oben links, oben rechts der Media Pool, auf dem ich Zugriff habe auf meine Ordner und Dateien, aber auch auf weitere Funktionen der Software wie Titeleditor, Effekte, Audio-Materialien, den Store und so weiter. Das werden wir uns in den nächsten Tutorial zusammen anschauen. Und als letztes haben wir hier unten die Arrangieroberfläche, die wie gesagt zwei Ansichten aufweist. Das können wir hier am rechten Rand umschalten. Ich wechsle also in den Timeline-Modus, in dem wir einzelne Spuren untereinander haben und eben eine Zeitachse, daher auch der Name und kann hier jederzeit wieder in den Storyboard-Modus zurückschalten, denn beide Modis haben natürlich ihre Vorteile. Wir werden uns das zusammen gleich anschauen. Im Storyboard-Modus, in dem wir uns jetzt befinden, ist es am Anfang für mich einfacher, Foto-Materialien zu arrangieren, also die Reihenfolge festzulegen und alle weiteren Arbeiten wie Überblendung, Titelbearbeitung, Audiobearbeitung und so weiter, führe ich dann hier im Timeline-Modus durch. Also bleiben wir erstmal im Storyboard-Modus und ich muss jetzt hier über den Media Pool eben einfach meinen Ordner rausfinden, auf denen sich die Fotos befinden, die wir hier im Projekt verwenden wollen. Ja, meine Fotos liegen hier in der Windows-Bibliothek eigene Bilder im Ordner Sommer und habe jetzt hier die Möglichkeit, die Foto-Materialien über die Wiedergabe-Taste, die jeweils dann aufgeht, wenn wir hier die Maus auf die Dateien drauf halten, eben einfach noch mal im Vorschaufenster zu sichten. Ja, dabei bekomme ich noch die Original-Datei angezeigt, also noch unbeschnitten im Original eben so, wie sie von der Kamera kam oder wie sie von der Nachbearbeitung aus einer Bildbearbeitungssoftware zum Beispiel kam. Ja, hier sieht man dann zum Beispiel eben auch noch die schwarzen Ränder bei einem 3 zu 2 Foto. Wenn ich die Fotos jetzt importieren möchte, kann ich einfach den Import-Button hier klicken. Wir machen das mal bei diesem Foto und in dem Augenblick, wo ich das Ganze hier in den Storyboard-Modus als Objekt importiert habe, liegt das Foto auch schon beschnitten vor. Wir kriegen auch eine Rückmeldung an der Datei selbst im Media Pool. Das ist dieses kleine rote Quadrat hier oben links dran. Das zeigt mir an, dass dieses Foto hier in der Story geladen ist, was nicht bedeutet, dass ich nicht auch noch mal laden kann. Die Dateiformate sind übrigens relativ egal. Ich arbeite hier mit JPG, mit JPEG-Dateien. Es können aber auch sämtliche andere Dateiformate sein. Die Software ist da sehr formatoffen. Ja, suchen wir uns mal weitere Fotos raus. Das hier zum Beispiel soll als nächstes importiert werden. Dann klicke ich hier wieder den Import-Button und kann so nach dem Ausschlussprinzip jetzt hier meine Foto-Materialien eben durchgehen und Stück für Stück eben ins Projekt hereinladen. Fotos können aber auch per Drag & Drop importiert werden. Das heißt, habe ich ein Foto, das jetzt nicht an letzter Stelle importiert werden soll, sondern meinetwegen hier zwischen dem ersten und dem zweiten Foto, dann kann ich das Bildmaterial aus dem Media Pool mit gedrückt gehaltener linker Maustaste hier ins Projekt importieren und kann hier festlegen, an welcher Stelle die Software mir das einpflegen soll. Die restlichen Materialien rutschen dabei automatisch nach rechts. Ja, außerdem habe ich auch die Möglichkeit, mehrere Dateien gleichzeitig auszuwählen. Kann also hier auch so ein Rechteck aufziehen zum Beispiel, um mehrere Dateien eben auszuwählen und die könnte ich jetzt auch per Drag & Drop eben in einem Rutsch hier an eine beliebige Position ins Projekt importieren. Anschließend lassen sich die Fotos im Storyboard-Modus ganz einfach eben auch noch umsortieren, indem ich sie hier ebenfalls mit gedrückt gehaltener linker Maustaste eben einfach durchsortiere. Und auch hier kann ich mehrere Dateien auswählen. Dazu haben wir hier oben links die kleine Checkbox. Sagen wir mal, die letzten drei Materialien sollen ganz an den Anfang der Fotostory, dann habe ich die jetzt ausgewählt und kann eben alle vier, waren es in diesem Fall, hier nach links eben entsprechend bewegen. Ja, sollten jetzt hier Fotos drin sein, die mir unterm Strich dann doch nicht mehr gefallen, habe ich eben auch die Möglichkeit Fotos wieder rauszulöschen. Dazu wähle ich ebenfalls einfach ein Foto im Storyboard-Modus aus und habe hier die Löschen-Funktion oder kann mit der Entfernen-Taste auf der Tastatur das Material hier einfach wieder aus der Produktion rausnehmen. Dabei keine Angst, die Materialien werden natürlich nicht von der Festplatte gelöscht, sondern einfach hier aus der Fotostory eben wieder rausgenommen. Im Storyboard-Modus können wir außerdem die Abspieldauer der Fotomaterialien festlegen. Hier unten im unteren Bereich, überhalb des Dateinamens, sehen wir die Abspieldauer 7 Sekunden. Das ist die Standard-Einstellung und wenn wir da mal draufklicken, öffnet sich hier der Dialog zur Einstellung der Anzeigedauer für das jeweilige Foto. Ich kann auch hier wieder mehrere Dateien auswählen, wenn ich mehrere Fotos eine andere Länge zuweisen möchte. Da haben wir eben auch die Abfrage, sind mehrere Objekte ausgewählt? Ich kann jetzt sagen, ob alle ausgewählten Objekte hier die neue Zeit bekommen sollen oder eben nur das aktuelle Objekt, auf dem ich hier gerade gearbeitet habe. Ja, sollte die Ansicht des Storyboard-Modus hier nicht mehr ganz ausreichen, wir können gerade noch mal ein paar Fotos mehr hier reinladen. Wir haben hier eine unbegrenzte Länge letztendlich, man sollte hier einfach nur den Zeitfaktor im Auge behalten. Hier ganz unten in der Statusleiste steht immer, wie lang die Fotostory jetzt wäre. Zwei Minuten, zwei Sekunden mit 17 Fotos, das ist natürlich noch okay. Viel länger als 40 Minuten sollte aus meiner Sicht so eine Fotostory aber nicht sein. Ja, wie gesagt, sollte jetzt die Länge hier unten nicht mehr ausreichen und ich habe jetzt hier 3-400 Fotos geladen und will eben das 300. Foto ganz nach vorne ziehen, dann können wir hier auch in eine andere Ansicht umschalten und zwar auf dieser Schaltfläche hier Ansicht vergrößern. Wird der Storyboard-Modus mehrzeilig, lässt sich dann auch noch mit der Plus- und Minus-Taste oder über den Schieberegler hier in verschiedenen Größen definieren und so ist es dann einfacher eben Fotomaterialien hier durchzusortieren. Der einzige Nachteil dieses vergrößerten Storyboard-Modus ist eben einfach der, dass der Media Pool und der Vorschau-Monitor hier etwas kleiner sind. Gut, dann schalten wir mal um in den Timeline-Modus und schauen uns an, was wir hier machen können. Der Timeline-Modus zeigt mir erstmal die aktuelle Position an, die wir gerade im Storyboard-Modus hatten. Das heißt, hier ist es günstig, wenn man sich erstmal ein bisschen rauszoomt. Dazu haben wir hier ebenfalls die Minus-Taste oder eben den Schieberegler, um die Ansicht hier im Timeline-Modus zu vergrößern beziehungsweise zu verkleinern. Es gibt auch eine Einklick-Funktion Ansicht optimieren. Schaltfläche finde ich hier und habe so immer vom ersten bis zum letzten Bild meine komplette Fotostory vor mir. Ja und auf dieser Zeitachse werden die Fotos jetzt auch immer noch in Objektform dargestellt, aber abhängig eben von ihrer Zeit. Wir sehen hier, die Fotos sind alle in 7 Sekunden Länge. Dieses Bild haben wir vorhin auf 10 Sekunden Länge aufgezogen und deswegen braucht es eben hier natürlich auch mehr Platz. So sehe ich also auf Anhieb hier die Längen. Ja, was hier nicht ohne weiteres funktioniert, ist das Umtauschen von Fotomaterialien. Wenn ich jetzt hier mal so ein Bild einfach irgendwo anders hinschiebe, dann bleibt da eine Lücke an der Stelle übrig. Das Bild überlagert hier andere Fotos. Das sollte man dann eben entweder besser im Storyboard-Modus machen, den ich ja jederzeit wieder umschalten kann. Ich kann also hier immer noch meine Fotomaterialien durchsortieren und für alle anderen Arbeiten hier in den Timeline-Modus zurückgehen. Als nächstes füge ich Überblendung meinen Fotos hinzu. Dazu gehe ich hier in die Vorlagen der Software und finde hier im oberen Bereich Überblendungsvorlagen in verschiedenen Kategorien. Meine Lieblingsblenden sind die Basic-Blenden hier zum Beispiel. Also Türen, Ziehen, Gleiten und so weiter. Und ich kann mir die hier im Vorfeld auch noch mal im Vorschau-Monitor anschauen, um einfach zu sehen, wie die Blende schematisch funktioniert. Ziehe ich die Blende jetzt per Drag-and-Drop zwischen zwei Fotos. Wird die Blende angewendet, direkt abgespielt und ich habe jetzt die Möglichkeit durch Verschieben der Länge der Objektkanten die Blendzeit hier noch mal nachzuregeln. Gefällt mir also die Blend-Dauer nicht. Können es auch noch mal laufen lassen. Dann gehe ich her und kann die Objektkanten im Timeline-Modus hier entsprechend verlängern, um eben die Überblendungszeit hier neu zu definieren. So, ich kann hier jederzeit kontrollieren, was hier passiert ist, indem ich den Abspielcursor hier mit gedrückt gehaltener Maustaste übers Material drüber ziehe. Ich suche mir jetzt also Blenden aus, die zwischen den Fotos hier passieren soll. Schau mir immer noch mal an, ob sich das für das Material dann auch richtig verhält und entwickle so langsam meine Fotoshow. Als nächstes habe ich die Möglichkeit Titel meiner Fotoshow hinzuzufügen. Dazu nutze ich in der Regel die Titelvorlagen, die die Software hier in großer Vielzahl mitbringt. Also Vorspann-, Abspannvorlagen, Bauchbinden, Untertitel und so weiter. Dabei kann man hier auch ebenfalls noch mal die Vorschau der Vorlage in den Vorschau-Monitor laden, um einfach zu sehen, eben wie diese Titelanimation funktioniert. Gefällt mir der Titel, ziehe ich diesen auch wieder per Drag-and-Drop an die entsprechende Stelle. Diesmal in die nächste freie Spur und hier ist es ganz wichtig, dass wir jetzt im Timeline-Modus und nicht mehr im Storyboard-Modus arbeiten. Denn hier sehe ich eben einfach an welcher Stelle und wie lang das Titelobjekt jetzt hier abläuft. Die Titelvorlage zeigt mir schon direkt im Vorschaufenster an, wie dann der Text entsprechend aussehen wird und ich kann jetzt hier einfach meinen eigenen Text drüber schreiben. Sommerurlaub 2019 war das. So, nachdem wir den Text eingegeben haben, habe ich jetzt die Möglichkeit, den Text im Vorschaufenster direkt zu positionieren, auch zu skalieren, also die Größe einzustellen. Dazu nutze ich hier die orangefarbenen Anfasser und könnte hier oben über den Rotationsanfasser den Text auch drehen, wenn ich möchte. Ja, die Länge des Titels lässt sich jetzt hier wieder am Objekt selbst definieren. Dazu zoome ich uns mal ein bisschen weiter rein mit der Plus-Taste, um einfach hier mehr Weg zu haben, also am Objekt zu arbeiten. Ich kann die Position des Titels verschieben, um so einfach festzulegen, wann in der Fotostory dieser Text eben aufgehen soll. Ich wollte den hier als Intro haben und an den unteren dreieckigen Anfassern können wir einfach festlegen, wie lang dieser Titel hier eingeblendet werden soll. Außerdem habe ich an den Objekten noch die Möglichkeit, Aus- und Einblendung vorzunehmen, sodass der Text also langsam ein- und am Ende des Objekts wieder langsam ausblendet. Ja, als letztes lade ich mir dann noch eine Musik rein und wir werden das, wie gesagt, in den nächsten Tutorials dann noch sehr viel detaillierter machen. Gehe also hier entweder in meinen Explorer zurück auf meine eigenen Musikstücke, die hier in MP3, WAVE oder anderen Dateiformaten importiert werden können oder nutze eben die Musikdateien, die die Software schon mitbringt. Dazu gibt es hier einmal den Ordner Fotostory Musik, beziehungsweise finde ich im Store der Software dann eben auch noch weitere Songkollektionen, Geräuschkulissen und so weiter, um eben hier die Fotostory nachzuvertonen. Im Reiter Audio habe ich dann den Zugriff eben auf die Dateien, die ich aus dem Store heruntergeladen habe. So, den Musiktrack ziehe ich mir hier ebenfalls wieder per Drag & Drop in die nächste freie Spur und kann hier ebenfalls wieder durch Verschieben des Objekts einfach festlegen, an welcher Stelle soll die Musik beginnen und, zoomen wir uns ein bisschen weiter raus, an welcher Stelle soll die Musik enden. Dazu ziehe ich hier einfach wieder den Anfasser unten rechts nach links eben bis unter das letzte Bild und habe auch hier die Möglichkeit, die Lautstärke ausblenden zu lassen. Und genau das kann ich hier auch am Fotomaterial machen, hier also eine kleine Ausblendung einfügen, um das letzte Bild eben hier langsam ausblenden zu lassen. Ja, ganz am Ende kommt dann meistens noch ein Outro-Titel mit dran, das heißt also einen Abspanntext, den ich mir hier dann wieder aus den entsprechenden Vorlagen aussuche und per Drag & Drop in eine freie Spur ziehe und hier dann eben wieder meine Inhalte eingebe. Ja, und das war's bis hierhin. Bis bald auf diesem Kanal beim nächsten Benno-Torial. Ganz viel Spaß beim kreativen Arbeiten am PC. Euer Benno.